Das ist der Wahnsinn. Es war fantastisch, sie haben sehr viele Fähigkeiten. Sie ist dahin geschmolzen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe voll Respekt für was die machen, weil das ist gar nicht leicht. So sauber abgestimmt. Sehr brillante Arrangements. Sowohl wie sie die Stimmen einsetzen, miteinander, Solo-Stimmen genauso, mit dem Mikrofon spielen. Ich fand es phänomenal, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine A Cappella-Show so in dieser Form noch gar nicht gesehen. Die Jungs haben so einen schönen Harmonieklang, die sind lustig. Die vier vereinen eigentlich das, was eigentlich alle Barbershopper vereint. Das ist so dieser Charme, Geschichten erzählen, die Harmonie zusammenbringen und den Sound zu produzieren. Das ist einfach toll. Ich dachte erstmal, ich gehe ins Theater und es könnte eventuell langweilig werden. Aber dieser Abend hat sich wirklich komplett umgekehrt und es war, ja, wundervoll. Also ich kann es nur jedem empfehlen, hier hinzukommen. Die ganze Nacht ist mir perfekt auf den Punkt. Eine Reise auch in die Vergangenheit. Schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, ja, ein must have to see. Und ich denke, ich denke, ich denke, was ein Wunderschönes Welt.